Und ein zuckersüßes Morgain und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together Projekt. Und zwar zocken wir das Free-to-Play MMORPG Rift. Das ist... Ja, ich würde jetzt schon sagen ein einzigartiges Game, bin mir aber nicht sicher. Ich habe halt noch nie etwas gespielt, was Ähnlichkeiten mit diesem Spiel hätte. Es ist zwar so ein klassisches Free-to-Play MMORPG, aber es hat einige spezielle Eigenschaften, die ich bisher noch nie zuvor in einem anderen RPG gesehen habe. Aber egal, ich hoffe es wird euch genauso viel Spaß machen, wie es mir Spaß machen wird. Die ersten paar Folgen werden genauso wie bei den letzten Free-to-Play... äh... bei den letzten Let's Play Together ein Singleplayer-Let's Play werden. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kommen dann die anderen Spieler dazu. Die Kanäle von den anderen Partnern, mit denen ich das Spiel hier zocken werde, sind natürlich auch in der Folgenbeschreibung drin. Ja, da würde ich mal wieder sagen, lange Rede, gar kein Sinn. Beginnen wir gleich mal. Und zwar können wir uns hier gleich, ähm, die Klassen aus... Ne, nicht Klassen, die, ähm, Rassen aussuchen, mit denen wir spielen. Und zwar können wir da zwischen den Wächtern und den Skeptikern entscheiden. Die Wächter wurden von den Göttern erkoren, aus dem Jenseits zurückgekehrt, um die Welt vor der Verderbnis der Drachen zu retten. Ist es jeden Wächter vorbestimmt, ein Held des Himmels zu werden. Oder die Skeptiker. Die Skeptiker haben das Schicksal selbst in die Hand genommen, sich von der Vigile abgewandt, um ihre eigenen Pläne zu verfolgen. Sie machen sich die Macht der Ebene zunutze, um damit magische Technologien für die Verteidigung Teleras zu speisen. Und wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich definitiv die Skeptiker nehmen werde. Obwohl die Wächter so von den Göttern erkoren. Aber hey, ich bin ja selbst ein Gott. Ich brauch nicht von den Göttern erkoren zu werden. Wir nehmen natürlich die Skeptiker weiter. Und jetzt können wir hier noch zwischen drei Rassen aussuchen. Ja, da würde ich sagen, ist das mit Wächter und Skeptiker eher eine Nation? Nee, wie würde man das denn nennen? Eine Fraktion dann. Dann ist das eine Fraktion. Und in der Fraktion kann man dann eine Rasse aussuchen. Und dann kann man sich eine Klasse aussuchen. So ist die Unterteilung. Da hätten wir zum einen die Etianer. Die F stammen aus den südlichen Wüsten. Dieses kluge... Nochmal. Die F stammen aus den südlichen Wüsten. Dieses kluge und erfinderische Volk hat es traditionell schon immer verstanden, seine Umwelt mithilfe von Magie und Technologie zu zähmen. Kelari. Die Elfen der verlorenen Kelari-Inseln waren über Generationen den unheilvollen Einfluss roher Ebenenmagie ausgesetzt. Die Kelari sind ein Volk mächtiger spiritueller Medien. Doch sie gelten auch als unberechenbar. Und natürlich noch die Bami. Alter, das ist ja ein Schreck. Scheiß doch, die Wandern. Die Bami. Dieser exotische Stamm aus den Rasade-Canyons ist für seine Gastfreundlichkeit bekannt. Seine Mitglieder sind starke und clevere Leute, die sich in den Künsten des Krieges und des Handwerks hervortun. Und jede Rasse hat hier noch Volksfähigkeit. Ah ja, dann ist das ein Volk. Genau, Wetter oder Volk. Da steht das da unten. Aber ich sag trotzdem Rasse. Jede Rasse hat noch hier spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel bei dem Bami. Der mächtige Sprung springt in den ausgewählten Bereich, kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Und Schelast hier Herkunft. Luftwiderstand um 20 erhöht. Das heißt, Windmagie ist dann wohl schwächer gegen die. Kelari haben Camouflage. Transformiert den Kelari für bis zu 30 Sekunden in einen Fuchs, sodass sich die Akro-Reichweite seiner Gegner für ihn verringert. Begleiter des Kelaris verschwinden, kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Okay, dann ist es so eine Art Jäger. Vermächtig der Feuereinsel, Feuerwiderstand um 20 erhöht. Dann sind Feuerzauber dagegen uneffektiv. Und die Etianer erhöht die Bewegschwindigkeit um 50% für 15 Sekunden. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Wüstbewohner, Geburtsrecht, Erdwiderstand. Da gucke ich jetzt aber nochmal bei den Wächtern. Die haben nämlich auch, ja genau, die haben auch drei Rassen hier. Was haben wir denn da? Die Matosianer. Lange bevor es vom Schatten zerstört wurde, war das kalte Matosia. Das Zuhause von sagenumwobenden Helden und Kriegern. Die haben als Fähigkeiten motivierender Brüller. Erhöht die Bewegschwindigkeit des Matosianers und seiner Gruppenmitglieder um 30% für 10 Sekunden. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Da ist die Fähigkeit von den Skeptiker-Klasse hier als Mensch aber bei weitem besser. Und Erbe des Schatten ist Todeswiderstand um 20%. Erhöht das wohl dunkle Zauber oder so. Hochelf. Als ältestes Volk Stellara sind die Hochelfen die Beschützer des Landes. Hinter der ruhigen Natur dieser weisen und begabten Wesen verbirgt sich eine erbarmungslose Hingabe an die Götter. Ha. Okay. Engelsfluch. Fliegt zum ausgewählen Bereich. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Okay. Trost des Waldes ist Lebenswiderstand um 20% erhöht. Das wird dann so Lichtzauber sein oder so. Geil. Hier kann man sogar Zwergen erstellen. Wie sehen Sie so ein weiblicher Zwerg? Ach du Scheiße. Hier kann man sogar Zwergen erstellen. Cool. Zwerge sind für ihre sture und pragmatische Tour bekannt. Doch sie sind auch neugierig und kreativ. In allen Handwerkskünsten mit denen sie sich befassen haben sie es zu wahrer Meisterschaft gebracht. Zwergenfrühstück. Stellt 30 Sekunden lang jede Sekunde 8% der Sekundheit und Mana wieder her. Das ist mal ne geile Fähigkeit. Und Wunder der von Hammerhall Wasserwiderstand um 20% erhöht. Okay. Nice. Ich würde ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Weiber hier besonders gut aussehen. Aber wir haben uns für die Skeptiker entschieden. Ach du Scheiße. Voll die Amazoner. Und wir nehmen natürlich, wie man mich kennt, ein Bami. Das ist so ein schöner Riese und ich mag solche Riesen. Ausrüstungsvorschau. So gefällt mir das doch. Und jetzt können wir noch die Klassen wählen. Da hätten wir Krieger. Krieger kämpfen in erster Reihe und tragen Plattenrüstung, um sich in der Schlacht zu schützen. Magier sind Zauberwürger, dessen einzige Verteidigung ihre Stoffrüstung und ihre Mächte Magie sind. Kläriger sind Experten des Spirituellen, die Kettenpanzer tragen und göttliche Macht einsetzen. Und ich dachte, die Skeptiker machen nichts mit Göttern und so. Also wie können die dann göttliche Macht? Naja, ich bin da einfach nur göttlich. Natürlich. Und die Schorgen. Schorgen legen Lederrüstung an und sind ausgezeichnete Nah- und Fernkämpfer. Aber wie man mich natürlich kennt, ist die Klasse auch schon klar. Also, ja, definitiv klar. Ich bin natürlich der wunderschöne Tank. Kann man sogar mit Heiler zusammensetzen. Das gefällt mir. Weiter. Ach, und hier kann man... Ach du Scheiße, da gibt es jetzt wieder total viel zu lesen. Da hat jede Klasse noch eine 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alter, scheiß, die waren dann. Okay, rechtschaffender Verteidiger. Der Top-Bild für Kriegertanks. Um körperlichen Schaden zu reduzieren, benutzt diesen Bild für alle Kämpfe mit schweren körperlichen Schaden. Oder bei allen Kämpfen, wo ihr Uplinkzeit braucht, um zu überleben. Beschreibung von Wolf Reptors. Okay. Fürst des Krieges. Vielseitiger Bild für PvE, PvP und Solo-Inhalte. Bild und Anleitung von Rorsch Krabria. Oberherr. Ein starker Krieger, der sich hervorragend dafür eignet, mehrere Feinde gleichzeitig Schaden zuzufügen. Seine Beständigkeit durch passiven und aktive Heilerfähigkeiten helfen ihnen am Leben zu bleiben. Dies macht sie zu ernstzunehmenden Gegnern. Das hört sich doch interessant an. Kraserei. Der Paragon ist darauf angelegt, einem Einzelziel hohen Körperschaden zuzufügen und hat keine Wirkungsbereichfähigkeiten. Er bewirkt mit dem höchsten Einzelschaden im Spiel. Bild und Beschreibung zur Verfügung gestellt von Jopok. Auramant. Auramanten sind Heiler, deren Zauber über einen bestimmten Zeitraum wirken und somit Experten für effektive Gruppenheilung. Des Weiteren verfügen Auramanten auch über eine beachtliche Palette an Zaubern, die ein Ziel heilen. Das hat doch aber überhaupt nichts mit Krieger zu tun. Verstehe ich nicht. Und der Bastienfürst, ein vielseitiger Krieger, der von Defensive zu Offensive wechseln kann, während er seine Gruppe mit Heilung und Stärkung versorgt, zusammen mit seinen Kampfbegleitern. Geeignet für Sodospiele in der offenen Welt oder für Gruppenaktivitäten. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und schauen uns die anderen an. Ach du Scheiße. Ein defensiver Magier, der die Macht der Luft und des Wassers nutzt, um sich selbst abzuschirmen und Angriffe zu widerstehen. Ach, um sich selbst abzuschirmen und Angriffe zu widerstehen. Okay. Die anderen Magier besiegen würden, Bild und Anleitung zur Verfügung gestellt von Twunks. Der Anfänger. Ruft eu... Alter, chill mal. Ruft eure tödlichen Verbündeten aus dem Jenseits und werdet ihr großer Gebieter. Und keine Angst, was gestorben ist, das kann auch wiederbelebt werden. Bild, bereitgestellt von Dunsit. Blattklinge. Blattklinge ist ein Solo-SPS-Magier mit großer Überlebensfähigkeit. Er kann einer Gruppe durch Heilung helfen, besonders wenn keine Chloromanten anwesend sind. Bild und Guide, bereitgestellt von Degnawet. Schnitter. Schnitter belegen den Gegner mit tödlichen Flüchen, um sie kontinuierlich bis aufs Nichts zu reduzieren. Dieser Bild konzentriert sich auf anhaltende Sch... sich auf anhaltenden Schaden und verfügt über wenig Potenzial für explosionsartigen Schaden als andere Bilds. Grabherr. Ein offensiver Magier, der untote Begleiter und Todesmagie einsetzt, um seine Feinde zu vernichten. Okay, das Vieh hier hinten sieht aber schon richtig nice aus, das muss ich sagen. Das sieht mal richtig nice aus. Flammenrufer. Ein offensiver Magier, der Feuer einsetzt, um seine Gegner aus der Entfernung zu vernichten. Dieser Bild, der großen Schaden anrichten kann, eignet sich am besten für Gruppen und könnte im Solo-Spiel Probleme bekommen. Guide, bereitgestellt von Heartbeat. Beat, Heartbeat, Heartbeat. Äh, Schattenschnitter. Das ist dann wohl so ein Grabherr zusammen mit einem Schnitter. Ein offensiver Magier, der an der Seite seines verbündeten Skeletts sein Schwert schwingt. Bild und Beschreibung, bereitgestellt von Miataan. Aber ich hab jetzt schon zu viel von denen lesen. Scheiß doch, die Wandert. Und der normale Beschwörer. Ein offensiver Magier, der seine Kräfte mit denen von mächtigen Elementaren vereint. Dieser Bild ist auf das Solo-Spiel spezialisiert. Verursacht jedoch nicht so viel Schaden wie ein Bild, der sich besonders auf Schaden konzentriert. Und so. Dann gibt's hier noch die Kleriker. Ich hoffe, die haben nicht ganz so viele Klassen. Oh, jetzt hört doch auf mit der Scheiße. Engelswache. Ein defensiver Kleriker, der durch seinen Glauben verbündet von schweren Angriffen abschirmt und kleinere Wunden verarzten kann. Guide, bereitgestellt von Quince. Gesetzbringer. Ein offensiver Distanzkleriker mit ausgezeichneter Überlebensfähigkeit. Dieser Aufbau eignet sich hervorragend für das Solo-Spiel. Er reicht jedoch nicht dieselbe Stufe beim SPS wie ein Schlachtzug-spezifischer Aufbau. Aufbau und Einleitung zur Verfügung gestellt von Silent Storm. Schamane des Heiligen Feuers. Auch ne geile Waffe, muss ich sagen. Ein Kleriker, der seine Gegner gerne zum Nahkampf herausfordert und oft als letzter auf dem Schlachtfeld übrig bleibt. Dieser Bild eignet sich hervorragend für das Solo-Spiel. Er reicht jedoch nicht dieselbe Stufe beim SPS wie ein Schlachtzug-spezifischer Bild. Der Silenus. Netter Baum. Ein offensiver Kleriker, der sich mit mächtigen Feenverbündeten zusammenschließt, um all jene zu bestrafen, die sein Anliegen missachten. Anleitung zur Verfügung gestellt von Sjertin. Räschertruiden. Ein offensiver Kleriker, der sich auf Selbstversorgung und auf Stufenanstieg ohne die Hilfe anderer spezialisiert hat. Bild und Guide bereitgestellt von Quince. Hört sich auch interessant an. Seelensammler. Seenernter sind auf das Solo-Spiel gegen mehrere Gegner gleichzeitig spezialisiert. Verursachen jedoch nicht so viel Einzelschaden oder Schaden mit Wirkungsbreich wie ein darauf spezialisierter Bild. Wohltäter. Wohltäter sind heilende Kleriker, die sich auf Einzelzielheilung spezialisiert haben. Sie können sogar die Gesundheit von kritisch verletzten Verbündeten schnell wiederherstellen. Die Heilung von mehreren Personen gleichzeitig fällt ihnen jedoch schwer. Und zum Schluss noch der Wahrsager. Ein Wahrsager verstärkt die Macht seiner Verbündeten und vermindert die Verteidigung des Feindes. Während er seinen Verbündeten mit seinen eigenen Schaden und seiner wirksamen Heilfähigkeiten hilft, Bild zur Verfügung gestellt von Ambi und Trainers. Das ist dann wohl ein Buffer. Und zum Schluss noch der Schorke. Ich hoffe, da gibt es jetzt relativ wenig. Oh, jetzt hört doch auf. Wieso gibt es denn bei Krieger am wenigsten geiles Wildschwein? Der Phasenwandler. Ein widerstandsfähiger, beweglicher Schorke, der dafür geeignet ist, die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen. Dieser Bild funktioniert am besten in einer Gruppe. Bild und Beschreibung zur Verfügung gestellt von Maspel. Ein extrem vielseitiger Kampfschorke, der Feuer und Tod gegen seine Feinde einsetzt. Derbisch. Ein offensiver Nahkampfbild, der sich hervorragend dazu eignet, große Gruppen von Feinden schnell auszulöschen. Bild und Beschreibung zur Verfügung gestellt von Maspel. Schorne Witter. Scharmützler. Okay. Dieser Bild kombiniert den Schaden des Waldläufers mit der Nützlichkeit und Explosivität des Scharfschützen, um den Feind so richtig in die Zange zu nehmen. Und Schaden aus dem Hinterhalt zu fügen. Bild zur Verfügung gestellt von Fiskerton. Jäger. Mit einem geilen Wildschwein. Cool. Ein offensiver Schorke, der Tiergefährten beschwört und auf Feinde hetzt, während er aus dem Hintergrund tödliche Geschosse auf seine Feinde hageln lässt. Außerdem kann er auf direkten Konfrontationen mit seinen Feinden gehen. Beschreibung ist von Gary. Gary, ich weiß, es ist so falsch. Nachtwürcher. Ein offensiver Schorke, der aus dem Schatten zuschlagen kann, um seine Feinde schnell mit Feuerschaden zu überwältigen. Bild und Beschreibung zur Verfügung gestellt von Gary. Nun sitze ich ganz alleine hier. Wow, 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 wow. Gary, es tut mir leid. Ich war gemein und unerbsam, das darf nicht sein. XT. Schattenwürcher. Ein offensiver Schorke, der aus dem Schatten heraus zuschlägt und seine Feinde schnell überwältigt. Beschreibung zur Verfügung gestellt von Orangu. Und zum Schluss noch der Virtuose. Der Barde ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Gruppe der Verbündeten heilt und stärkt, während er Feinde schwächt und ihnen Schatten zufügt. Der Barde kann sich auch als Solo-Camper behaupten, aber funktioniert am besten in einer Gruppe. Das wäre wohl die perfekte Klasse für Meuro, der aber bei diesem Let's Play nicht mitmacht. Wir nehmen natürlich einen Krieger und wen nehmen wir denn da? Das ist eigentlich relativ egal, wen wir nehmen, denn ich werde mir sowieso eine eigene Klasse erstellen. Kann es möglich sein, dass wir die Hälfte jetzt hier doppelt vorgelesen haben? Irgendwie kommt mir das so vor. Aber hier scheint es keinen Krieger zu geben, der eine... ...große Waffe hat. Sag mal, wir sind ja noch bei Schorke und nicht bei Krieger. Kein Wunder, dass ich hier nichts finde. Weiter. Da haben wir ja auch nicht mehr vorgelesen. Jetzt weiß ich auch, wieso mir das alles... ...so bekannt vorkam. Ich würde sagen, ich nehme so ein Oberherr. Naja, wir können ja auch nur aus Recht schaffen, noch Verteidiger oder Oberherr aussuchen. Und da ich eh der angreifende Tank bin, nehme ich natürlich so ein Oberherr. Dann wollen wir uns mal zur Scharerstellung machen. Das Gesicht, das lasse ich erst mal so, aber wir können ja noch Merkmale aussuchen. Nehmen wir es so. Das Gesicht, das nehme ich doch nicht so. Das Gesicht kann so bleiben. Augenfarbe. Können wir nicht so ein schönes Rot nehmen? Natürlich nicht. Dann nehmen wir Blau. So ein schön stechendes Blau. Augenbrauen können ruhig so ein bisschen verträumt sein. Ja, lassen wir es so. Rotation. So, wird da ein Schuh draus. Augenbrauen. Dann nehmen wir entweder die 12 oder die 2. Ich nehme die 2. Die Nase. Da brauchen wir keine so große. Die kann ruhig ein bisschen klar noch sein. Nööööö. Nehmen wir es so. Ha, süß. so passt auch Haarfarbe dann nehmen wir so ein schönes Schwarz und Strähnenfarbe haben wir hier kein Rot nehmen wir es dann so dann noch die Haare aussuchen können wir den irgendwie drehen würde ich sagen nehmen wir die 4 die sah von den ganzen jetzt bisher noch am besten aus nehmen wir so einen Typen mit so einem Niro ja wieso nicht Farbe achso das sind Markierungen das Zeugte im Gesicht 2 sieht nicht schlecht aus nehmen wir die 2 und das am besten in Schwarz oder so und so ein Blau ne komm nimm mal ein Schwarz das soll aussehen wie so ein Tattoo äh Gesichtsbehaarung können wir uns noch einen schönen Bart geben jaaa gut ich wollte eher einen schönen Bart dann nehmen wir die 1 das sieht wenigstens etwas noch was aus jaaa wieso nicht und die Hautfarbe des Körpers nennen wir es so oder? oder so nennen wir es so größer größer riesig natürlich riesig ist immer gut so Voranstellung wollen wir nicht jetzt noch einen Namen eingeben maxi xd und ja dann können wir denke ich mal weitermachen wir konnten nichts tun ohne auserwählte waren wir nicht stark genug ich war nicht stark genug die Wächter schimpften uns zerstörten unsere Maschinen und lieferten uns der kommenden Katastrophe aus die Brut aus den Rissen fegte wie eine Seuche über die Welt hinweg sie vernichteten die Wächter und zwang dann ganz Telara in die Knie in ihrem Gefolge kehrte ein uraltes Übel zurück Regulus der Zerstörer niemand vermochte ihm zu trotzen und er verschlang alles aber noch gibt es Hoffnung einige von uns haben überlebt es gelang uns neue auserwählte zu schaffen so wie euch ihr seid unser Meisterstück Telaras Schicksal liegt in euren Händen ihr dürft nicht versagen ja den ihr Meisterstück ich muss sagen da haben die echt was grandioses erschaffen äh wenn ich das ja das ist doch klar dass ich ihr Meisterstück bin ich mein was soll ich denn sonst anderes sein ich bin groß fahrt mir ja gut grafisch ist das ganze also mit Aeon kann es nicht mithalten aber sonst siehts eigentlich recht nett aus wie gehts noch nach hinten ok also ja es sieht ganz nett aus was ist das da ah hier sind Feinde drinnen eine Art Gefängnis ah ja ich bin natürlich der Auserwählter was soll ich auch anders sein und hier unten wurde ich anscheinend erschaffen wie es aussah ja passt ich würde sagen damit bänden wir jetzt auch den ersten Part schon wir haben nicht besonders viel gemacht eine Folge haben wir zur Charaktererstellung verschwendet was das kann man damit irgendwas machen Wissenskollektiv seid gegrüßt auserwählte Seele wie kann ich euch behilflich sein die Geschichte dieser Einrichtung die ursprüngliche Lebensfabrik wurde im 20. Jahr der Herrschaft von Prinz Zaref in der Nähe der Stadt Sprosshaven entdeckt sie wurde vom etianischen Staatsstaat Arken errichtet und wurde benutzt um Experimente zur Reproduktion Erschaffung zur Reproduktion Erschaffung Veränderung und Wiedererweckung von Leben in all seinen Formen durchzuführen die Etianer hatten gerade erst mit frühen Entwürfen der Maschinen die sie Wiederauferstehungsschmieden nannten angefangen sie wollten mit ihren Techno mit ihrer Technomagie Menschen aus dem Tod zurückholen ihre Studien wurden die Grundlagen der Experimente die wir als Skeptiker durchführten nachdem wir ihre Hallen viele Jahrhunderte später erkundeten ich glaube wir lassen das jetzt mit dem Lesen ich kann mich an das A und Let's Play erinnern und nein das Lesen hat mir nicht Spaß gemacht deswegen würde ich sagen ich bin jetzt hier einfach dem Part und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wo wir beginnen mit den Spielen und bis dahin ich hoffe ihr freut euch genauso sehr wie ich auf das Let's Play keine Sorge die nächsten Folgen werden etwas actionlastiger sein als die wir sind jetzt erstmal nur reingekommen ja und dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter bis demnächst und tüddelööööööös Vielen Dank.